Wie ihr sagen, stecken wir mitten in den finalen Vorbereitungen für unser Bocpeerfest. Momentan ist gerade der Lichttechniker dran, seine Rig zu befestigen. In wenigen Tagen geht es also los und wir freuen uns schon auf ein rammelvolles Festzelt, dann Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Wir versuchen immer jedes Jahr noch ein bisschen Schäufchen zum Vorjahr zu legen und ich hoffe, das ist uns auch wieder gelungen. Wir haben also noch einmal kurz investiert ins Festzelt, in Infrastruktur und ganz neu am Donnerstag für die Mädels, die kommen. Wir müssen also nicht lange stylen, sondern wir haben ein eigenes Styling lang gestehen und da gibt es gerne noch ein Gratis-Säckchen dazu. Ihr könnt euch stylen lassen und es gibt noch ein feines Gratis-Getränkchen. Für Freitag und Samstag sind wir schon länger ausverkauft, aber für Donnerstag gibt es natürlich noch Karten. Wir gehen jetzt auf die Homepage, sichern euch die Karten am besten gleich, dass wir für den Donnerstag fürs Clubing gegrüsst sind.